Oh, hier gemeinsam. Bip, bip, bip. Und ein guter Laustoch, oder? Das ist aber echt geil. Komm rein, Jungs. Jetzt laufen wir aber wieder. So, auf geht's. Das macht mich so fix und fertig. Sauber. So, da sind sie. Okay, das Erlebnislaufteam. Michael Hensche und Florian Brück. Also die Liebstehler.